Heute gibt es einen einfachen, aber sehr wirksamen Sicherheitstipp, falls ihr mal ein Gerät mit einem Verlängerungskabel verbinden müsst. Die beiden Kabel lassen sich meist mit wenig Kraft auseinanderziehen. Dies passiert meist ungewollt, etwa weil man daran hängen bleibt oder sogar drüberstolpert. Damit dies nicht passiert, die beiden Kabel einfach ineinander verknoten und so zusammenstecken. Den Knoten aber nicht zu fest anziehen, das würde den Kabeln schaden. Ich hoffe, dieser Tipp war für euch nützlich. Wenn dem so ist, gebt uns doch einen Daumen hoch und schaut weitere Lifehack-Videos von uns für mehr Tipps und Tricks.